Musik So, oh Gott, meine Haare sind ja wirklich platt. Wir sind im Dorney Park. Wir haben noch 3 Stunden Zeit, weil wir waren heute Morgen in Kenobles. Das war nicht eigentlich geplant. Dorney Park war gar nicht geplant. Ich war heute Morgen so, weil wir hatten uns anfangs bei der Tourplanung entschieden, ob wir jetzt Kenobles oder Dorney an dem Park heute machen. Und haben uns für Kenobles entschieden wegen Phoenix. Und dann habe ich heute Morgen einfach mal geguckt, wo er in dem Dorney Park so liegt. Weil ich dachte, ja gut, der Kenobles ist jetzt nicht so groß. Und der liegt halt einfach genau da, wo wir heute übernachten. Und da war eh Zielaffär Platinumpreis, oder ist hier sowieso Parken gratis und Eintritt eh gratis rund. Daher sind wir jetzt hier noch nach Kenobles. Oh, ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht mit Kenobles fahren haben oder ob wir da rumfahren. Oh, ja, müssen wir mal gucken. Ah, ist noch willkommen drin. Ähm, sind wir jetzt hier kurz reingesteppt für die letzten 3 Stunden. Der Park ist leer. Könnte sein, dass wir alles schaffen. Mal gucken. Aufnahmen werde ich, also ich werde wahrscheinlich meine Kamera aufnehmen, weil wir es nicht mehr so viel schaffen, weil es halt schon auch bald dunkel wird. Wir haben jetzt glaube ich 7 Uhr, der Park schließt um 10 Uhr. Ähm, ja. Starten jetzt direkt mal hier mit Talon. Dem, nicht Taron, sondern Talon. Äh, viel. Sehr witzig. Ähm. Bion, der Invert hat echt eine coole Farbgebung. Hat. Wir kaufen komplett dumm. Ja, das ist eine Sackkasse. Hat hier diese... Es ist nicht, aber es ist voller Umweg. Okay. Ja, dann sag du. Ähm. Diese zwei Farben wegen Schienen, wenn die Backbone eine andere Farbe hat als die Schiene, finde ich sehr cool. Und ja, ist ein kleinerer Invert. Bin ich mal gespannt. Und ja. Ah ja, wenn ihr den Vlog von Kenobles sehen wollt, der ist bei mir auf dem Kanal. Äh. Da bin ich auf meine 300. Achterbahn gefahren. Phoenix in Kenobles war meine 300. Achterbahn. Und ja. Das heißt, dann wird das Ding jetzt hier 301. So. Wir kommen gerade aus Talon. Ähm. War Walk On. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Wir kommen gerade aus Talon. War Walk On. Ähm. Grain Hanger. Was ich sagen wollte ist, wir waren Walk On. Wir haben trotzdem zwei Züge drauf. Das ist Cedar Fair. Also Cedar Fair und Sixfax, die knallen. Also vor allem Sixfax. Die knallen immer. Die knallen immer zwei Züge. Egal wie leer es ist. Die knallen einfach die Züge drauf. Das ist sehr gut für uns, weil wir haben nicht so viel Zeit. Und der Park scheint echt nicht viel Wartezeit zu haben. Also alles scheint Walk On zu sein. Laut Wartezeiten. Steel Force soll wohl 60 Minuten haben. Was ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen kann. Muss ich mal gucken. Vielleicht haben sie da nur einen Zug drauf. Und das ist übel lang. Aber es scheint so, als würden wir hier vielleicht sogar echt an Accounts bekommen. Es gibt glaube ich sieben oder acht. Ähm. Ja. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich hätte ja richtig Lust auf Possess. Weil es so ein Intermin Impuls ist. Und davon gibt es halt nur noch, soweit ich meine, zwei in den USA. Oder zwei oder drei. Und einen in China. Die sterben halt richtig aus. Und so einen würde ich noch echt gerne fahren. Ähm. Ja. Da gibt es hier noch High Door. Und so ein Intermin First Generation Drop Tower. Die es eben auch im Movie Land gibt. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Das zählt ja auch als Count. Ah. Da vorne sehe ich die wilde Maus. Ja. Mal gucken. Mal gucken. Ah ja. Ich habe zu Talon überhaupt nichts gesagt. Talon richtig neister Invert. Am Anfang voll Standard. Drop. Looping intensiv. Siwa giwa knackig. Immelmann der war richtig gut der Immelmann. Ich weiß nicht warum. Der hat mich voll überrascht. Wir haben schön im Backrow gesessen. Und dann wird das Layout aber sehr anders als bei Inverts. Es gibt die ganze Zeit total Overbanks. Bodennahe Kurven. Die richtig knallen. Die dann richtig. Mal richtig. Mal richtig. Da laufen wir da 15 Minuten. Laufen wir dahin. Ja. Lauter. Dann können wir die milde Maus ja hier kurz mitnehmen. Ja. Aber wenn dir Talon wichtiger ist und die wilde Maus ist am Ausgang. Die können wir auch nachher noch mitnehmen. Ja gut. Ja nicht Talon sondern Talon. Ja. Ähm. Ähm. Ich finde Montu ist schon ziemlich butter. Äh. Es ist so smooth. Aber da hat man ein bisschen rappel gemerkt. Ganz kleines bisschen wenn man gestapelt war. Ich war jetzt komplett gestapelt. Meine Schultern waren an den Wübeln. Und ich hatte Angst wenn der jetzt nicht smooth ist. Dass es ein bisschen unangenehm werden könnte. Aber halt das Ding war butterweich. Wirklich butterweich. Also dagegen ist Black Mamba an der Rappelkiste. Also noch nie so einen weichen Invert gefahren. Echt allen Ziele. Richtig. Wirklich butterweich. Richtig gut. So und da sind wir nun. Also rein logisch war das jetzt nicht so schlau vielleicht hinzulaufen. Weil es halt komplett am anderen Ecke der Ahr des Parks sind. Und wir halt einigen Counts vorbeigelaufen sind. Aber. Ich will unbedingt so einen scheiß Impulse Coaster fahren. Weil es da echt nicht mehr viel davon gibt. Und. Ich weiß nicht wie anfällig die so für Downtime sind. Weshalb. Das ist Fastlane. Das ist Fastlane. Nein. Fastlane. Upsi. Ja. Wir sollen aber auch Walk On zu sein was sehr gut ist. Und dass der los geht. Und dann fahren wir jetzt mal. Quatsch. Also wir kommen jetzt hier aus Prosesst. Was. Was war walk-on? War walk-on. Was voll komisch war. Wir wurden possessed. Wir wurden possessed, ja. Hier sieht man es. Warte, ich zeig's euch mal. Die Gurze hier, das hab ich noch nie gesehen. Sie sind einfach an der Seite und werden hier reingesteckt. Also das ist ja, denke ich, für dickere Leute. Und das ist halt, also die meisten, also bei uns ging es auf jeden Fall easy in den hinteren. Sehr weird auf jeden Fall. Ich bügel auf jeden Fall nicht zu eng. War ganz nice. Ich wurde zwar ein bisschen gestaplt, aber war voll okay. Und der Spike? Wir haben uns jetzt halt, weil der hintere Spike nicht twisted ist, sondern gerade haben wir uns jetzt versucht weit vorne zu stellen. Die erste und zweite Reihe war halt komplett voll und die dritte war walk-on. Deshalb haben wir halt die dritte Reihe genommen. Myra, guck traurig. Was ist los? Das ist doch ab 23. Juli. Ich wollte die Lichterparade sehen. Ja, keine Zeit für Lichterparade. Nee. Lichterparade. Ja, virtuell. Nein, da ist nichts. Ja, tut mir leid. Was soll ich machen? Ja, aber auf jeden Fall dadurch den Spike, wo man den Gord ganz gut durchgeschossen da vorne hat, wie man da hochdreht, da war richtig Bock. Ist jetzt nicht so gut wie bei Star Trek, der Twisted. Gut, bei Star Trek, wenn man hinten sitzt, ich kann es auch nicht so ganz vergleichen. Ich denke mal, bei Wicked Twisted am Cedar Point war es ziemlich nice, wenn man in der letzten Reihe gerissen hat. Aber ich bin froh, mal so ein Ding gefahren zu sein. Vor allem am Anfang der erste Lounge, der ist ja nicht schnell. Aber der Initialschlag, der wird voll nach hinten geschossen und danach ist es eine langsame Beschleunigung, so ein Mack-Lounge. Aber der Initialschlag, der kickt sich erstmal ordentlich nach hinten. Der hat mich ganz schön überrascht. Ja, jetzt gehen wir mal weiter, mal gucken, was wir jetzt hier so machen. Okay, also der wurde hier vorne auf, war sehr weird. Also da war eine Stelle, da war gar kein Lichtraumprofil. Also da hättest du die Hände auch nach oben strecken können, weil die war so ein bisschen gebankt, die Schiene. Und da war so viel Schütze. An der linken Seite von mir, da hättest du die Hände hochgemacht, dann wären die weg gewesen. Also da war gar nichts mit Lichtraumprofil. Also nicht mal mehr oben. Die meisten Leitenbahnen haben ja zur Seite nichts, aber oben Lichtraumprofil da war. Da war nichts zu. Ähm, der war echt weird, weiß nicht, weiß ich so. Ähm, und ja, jetzt nehmen wir hier Steel Force mit der, ähm, nicht Magnum, wie heißt es? Magnum hat einen sogenannten Magic Seed. Nicht Magnum, wie heißt es? Er ist der Morgenhyper. Ja, so ein bisschen nachgemacht von, äh, Magnum XL 200 soll aber hier echt viel schlechter sein. Bin mal gespannt. Ja, mal gucken, ne? Das wird ein Double Shot, da kommt nämlich jetzt der Zug auf den Deppel. Sorry, da ist mir voll das Viech in die Hand. Was passiert? Warte, da kommt noch ein Zug. Double Shot. So, wir kommen aus Steel Force. Morgenhyper, ähm, richtig smooth. Die Teller knallen wohl, äh, da knallt man voll in den Sitz. Weil die sind echt, äh, scharf, die sind also sehr... So, da hat es hier immer nichts zu gut verstanden. Ähm, ja, mega nice. Also, echt immer schön, auf allen Hilfs richtig schöne Floater Airtime, an der wird man voll in den Sitz geknallt. Vor allem, die kleinen Hits werden auch wie bei Magnum, zum Ende eben immer stärker. Die sind zwar nicht andersweise so gut wie bei Magnum, aber echt gute Floater Airtime. Ähm, es gibt so einen Mid-Kurs, wo ich da, die voll krass hittet. Wo ich mir erst so dachte, oh ja, gerade wenn das durchknallt. Aber wenn die einfach durchknallen würde, dann, dann wäre es vorbei. Also, nee, ist schon okay so. Und echt schön smooth. Und besser als ever Airtits. Warte. ECKC 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 Ok, wir sind jetzt hier mit Demon Drop gefahren, First Generation Drop Tower von Intamin, alles so wie das Ding im Movie Land, ist so nice, der Drop ist auch ganz schön gut intensiv, aber wer die Dinger nicht kennt, die Gondel steht gerade, fällt dann auf zu hohen, man sitzt da drin, dann wird man nach vorne gefahren, dann sofft das Ding und dann fällt das halt diese Kurve, dass man so auf dem Rücken liegt und dann wird das mit diesem Mechanismus hier wieder aufgestellt, ich zeige euch, ich habe das eigentlich alles gefilmt, ihr werdet das sehen im Video, so habt ihr es ja schon gesehen, es ist so weird, und das Tal, wenn man da so raus wettet, ist so intensiv und die Bremse geht so schnell, das ist wahnsinnig viel Bock, die Bügel sind auch so komisch, macht nicht Spaß, und ja, gehen wir mal weiter, fängt mal heißer an den Range, weil das auch da ist, und ja, wir kommen echt gut durch, noch viel Zeit, wir werden noch viel, ruhig, muss leiser reden, weil Mira bloggt gerade auf Englisch und sie mag das gar nicht, wenn ich mit der Grotte rede, ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich zu, wir kommen, äh, halb schon gesagt, wir kommen ganz gut durch, ähm, ist überall walk-on, das ist super, deshalb, wir haben noch, glaube ich, knapp 2 Schritte Zeit, und wir haben schon jetzt, 5 von 8 Counts, also, ja, solide. Wow, der Himmel sieht so gut aus, jetzt erstmal eine runde Hydro fahren, Hydro's Revenge, die Bahn mit der ersten Jojo Wall, die die Jojo Wall inspiriert hat, also so eine Inversion, wie Whitey Happiness hat, also direkt aus der Station, so eine Rolle, und jo, ist ein Florescoaster, Florescoaster ist eigentlich immer ganz nice, ja, drehen wir mal ein Ründchen. Jahrhunderte 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 So, also wir kommen aus Hydra the Revenge, dem Floorless Coaster hier, mit der Jojo Wall. Der Jojo Wall ist echt richtig nice, weil man hat mal richtig schöne Hangtime, macht richtig Spaß. Wir saßen in der letzten Reihe, der Drop ist halt straight, da habe ich ja auch einen... Bestimmt. Woodstock Express muss da sein. Ja, stimmt. Ja, also der Drop ist echt nice, weil er so gerader Drop ist, so ein straight Drop ist echt cool. Und das ist so weird, also von der Anordnung der Elemente. Also es geht erstmal in so ein komisches Turnaround, was aber voll gut zieht. Dann geht es in die Zero G Wall und dann in den Corkscrew, dann kommt da so die Cobra Wall. Und dann mittendrin kommt da so ein Airtime, der auch ein bisschen Floater Airtime hat. Also sehr weird, aber macht echt Spaß. Und jetzt holen wir uns noch die Kiddy Credits und dann haben wir Full Count. Woodstock Express, Wild Mouse und dann haben wir, also voraussichtlich haben wir in zwei Stunden Full Count. Hallo, ich bin ganz schön wiss. Haben wir in zwei Stunden Full Count. Full Count. Full Count. Full Count. Hier ist ein... Will Devil Ding, ja. Will Devil. STD 80. Ja. Und er hat auch diese Scheißkurve da hinten, da. Ja. In so einem Knick. Bamm. So, wir haben jetzt den Kiddy Coaster, Woodstock Express mitgenommen bis zum Zierer. STD 80. Wie auch hier Jersey Devil und Coco Cruiser durfte man fahren. Nein, nicht Jersey Devil. Will Devil. Will Devil. Will Devil. Und auch Coco Cruiser im Links. Ja. Und da ist es vor vor unserem Busch und da waren wieder ganz viele Glühwürmchen. Generell scheint im Moment so die Glühwürmchen Fahrungszeit zu sein. Und so viele Glühwürmchen unterwegs ist. Sehr süß. Und jetzt haben wir noch die wilde Maus und dann haben wir ja Full Count. Yay. Yay. Und wir haben... Wie viel Uhr haben wir? Wie lange haben wir noch? 20.47 Uhr. Das heißt, wir haben noch eine eine und eine viertel Stunde Zeit. Das heißt, wenn wir die White Maus haben, haben wir acht Counts in zwei Stunden geschafft. Ja. Und dann haben wir noch Zeit für Night Rides. Boah, das lange gedauert. Das war safe. Die längste Wartezeit heute. Auch länger als bei Ken Nobles alles. Mit der habe ich dann 283. Ja. So, also die Wild Maus gerade. Längste Wartezeit habe ich gerade schon gesagt. In beiden Parks heute. Extrem schlechte Abfertigung, weil es war keine Moving Plattform. und dann mussten die Scheißwagen immer einzeln nach vorne fahren und die Abfertigung. Und das machen die in Amerika generell hier. Ähm, Abfertigung, die Bremse. Oh. Oh je. Ja, auch wenn... Oh je. Wir machen hier in Amerika generell so, wenn es so kleine Wagen sind, so vierer, dann setzen die nur eine Gruppe, eine Gruppe zusammen. Das heißt, die besetzen halt nie full. Oh mein Gott. Das ist der größte Bullshit, weil die halt nie... Jetzt... So dermaßen. Das heißt, wir fahren hier jetzt zwei... Lass... Oh. Dann muss man... Dann muss man... Dann geh weg. Ich bin... Ich will... Ich will aber hier reden. Ich will was sagen. Ja, sag. Guck mal, da muss man zerscheppern. Um dieses süße Ding zu gewinnen. Ich will das machen. Das ist... Ja, was willst du damit machen? Weißt du, wie groß das ist? Dann kriegst du nicht den Flieger. Damit hat sich die Sache erledigt. Das ist zu groß. Ähm... Aber ich kann's gut mit dem Teller zerscheppern. Was ich aber sagen wollte. Abfertigung richtiger Müll. Ähm... Man, jetzt hat die mich so rausgebracht, man. Ah. Ich muss noch mal kurz denken. Ja, genau, genau. Die setzen immer nur eine Gruppe in den Wagen, was richtig... Richtig abfuckt. Ähm... Ja. Und dann sind wir gefahren. Die Sitze... Das sind keine... Das sind keine normalen wilden Maussitze. Das sind Kindersitze. Die... Die Sitze... Ungelogen. Ungelogen. Die Sitze sind... Was? Hier kommt ein Ball lang gerollt. Die Sitze sind so hoch... Über dem... Da, wo man seine Füße hat. Ich saß... Mit Judy. Ich saß... Hoppala. Ich saß... Ich saß da... So. Mit meinem Knien so hoch. Man sieht das nicht. Aber... Ich dachte, als wenn ich auf dem Boden sitzen würde. Und... Dadurch, dass die Sitze so groß sind... Weil meine Beine so hoch sind, geht der Bügel nicht weit runter. Und dann bei den blöden Bremsen, die bei Mäusen ja auch immer richtig hart greifen müssen. Bin ich immer nach vorne gerutscht und bin einfach vor den Sitz gerutscht. Und ging dann da so in so einer Position. Das war so ein Müll. Also echt... Drecksmaus. Die war zwar smooth, aber die war... Drecksmaus einfach. Aber immer in Frühschauen. So. Und jetzt machen wir nochmal ein Nightwides auf Talon. Weil es die Bahn echt richtig Bock gemacht hat. Sieht cool aus hier, wenn man durch die Busche dunkeln fährt. Und die ist halt direkt hier. Deshalb machen wir noch ein paar Nightwides. Dann haben wir glaube ich so circa noch so halbe Stunde, 20 Minuten. Und ja. Wir haben auf jeden Fall auch Hunger. Wir gehen nachher zu Wawa. Wer Wawa nicht kennt, das ist eine Tankstelle. Das gibt's ja auch. Es gibt Wawa und Sheets. Hier in der Region. Wawa ist erst so hier so New Jersey. Jersey und PA. Also Pennsylvania. Ja. Das sind quasi Tankstellen. Aber die haben drinnen quasi ein Fastfood-Restaurant. Da bekommt man wirklich alles. Ist halt so raststädtenmäßig. Aber erstmal geiles Essen. Und es gibt halt alles. Von Burger über spanisches Essen. Also hier so Casadilla. Ja. Burrito und sowas. Mexikanisch. Über Burger. Über... Also wirklich alles. Alles was man sich vorstellen kann. Oder auch Raps. Es gibt halt so halte Fertigsachen. Ja Raps, Salate. Alles. Es gibt halt schon so Sachen die sind schon fertig. Und dann gibt's halt auch so Bildschirme. Da kannst du dann wie bei McDonalds und sich durchklicken. Aber es gibt wirklich alles. Dann kannst du dann halt da deine Sachen bestellen. Dann bekommst du ein Zettelchen. Damit gehst du dann zur Kasse. Dann bezahlst du das. Dann bekommst du das. Beste. Und vor allem Wawa hat so geile Cheese Stacks. Nehnt man das. Das sind so... Das sind eigentlich... Die kommen halt aus Philadelphia. Okay. Ja die sind auf jeden Fall richtig nice. Das sind so... So Baguettes quasi. So lange Brötchen. Da ist dann so Fleisch drin. Und dann halt in Käsesoße. Und geschmolzener Käse. Und so lecker. Da fahren wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Zum letzten Mal. Dann fahren wir erstmal noch ein Brötchentaler. Und es sieht so aus, als hätten die einen Zug rausgetan. Würden nur mit einem Zug fahren. Aber kann man auch irgendwie verstehen. Und die Operation sind schlecht. Ja da sind noch zwei dazu. Also sicher auf der Rechte sind schlecht. Ja da sind noch zwei dazu. Also die Operation sind schlecht. Ja. So zum Abschluss haben wir noch zwei Röntgen in der Backboard mit sitzen bleiben. auf Talon mitgenommen. Taloni. Taloni. Taloni Macaroni. Von so einer Inversion, in der man die Lichter sieht. Oh die Annahme. Und ja auch echt schön Smoothie Bahn. Echt ein schöner Inwirt. Und diese eine bodennahe Kohle, wenn du links sitzt, kannst du echt fast den Boden wohnen. Das ist echt nice. Also Dorni Park finde ich echt ein schöner Park. Hat auch hier mega viele Flatwoods. Also hier kann man auch wenn es jetzt leer war. Hier hätte man locker den ganzen Tag verbringen können und Spaß haben können. Ohne Probleme. Ähm. Ja. Damit verabschiede ich mich von diesem Vlog. Ich hoffe der Vlog ist mal ein bisschen kürzer als die anderen. Müsste eigentlich. Boah ich weiß gar nicht wie lang die anderen Vlogs sind. Ich schätze die anderen Vlogs so immer so auf halbe Stunde. Bestimmt weil ich immer zu viel laber. Nein. Ich hoffe mal der hier kommt hoffentlich mal unter 20 Minuten. Nope. Äh da ich eh nicht so viel Aufnahmen gemacht habe. Wir können Troika fahren. Die ist sehr geil beleuchtet. Troika? Du bist doch so ein Ding noch nie gefahren. Ja komm okay dann fahren wir das Ding. Ja dann machen wir das. Okay dann machen wir das. Wir suchen mal den Eingang. Okay. Das ist auch so ein ganz standard Flatwood hier in Amerika oder generell. Das ist ein Oldschool Ding. Haben wir in so viele Parks gesehen. Das sind wir aber nirgendwo gefahren. Im Hansa Park zum Beispiel. Hansa Park gibt es auch. Okay. Ja fahre ich mal mit so einem Ding hier. Nehmen wir den Bums doch mit oder? Voll schön beleuchtet. Ja der ist echt schön beleuchtet. Das muss. So und damit haben wir unsere Tour mit einem schönen Busfahrgerät verabschiedet. Das Ding hat eigentlich ganz gut schon. Hat Spaß gemacht. Light Package war top. Und jetzt head'n wir out und fahren zu Wawa. Wawa! Wawa! Untertitelung des ZDF, 2020